Sie hören Kontrafunk aktuell. Deutschland rühmt sich gerne eine entwickelte Demokratie zu sein, in der die Bürger frei von der Repression des Staates oder mächtiger Akteure die Gesellschaft in einer Ausbalancierung von Interessen organisieren. In den letzten Jahren hat dieses Selbstverständnis Risse bekommen, die das Gesamtbild zunehmend verunstalten, kann man sagen, denn immer mehr Bürger empfinden diese Gesellschaft alles andere als frei, sondern als zunehmend repressiv, ja sogar dogmatisch in vielen Teilen. Die Art und Weise, beispielsweise wie Staat und die Mehrzahl der Medien in der Corona-Pandemie mit den Staatsbürgern umgesprungen sind, hat dieses Gefühl nicht nur verstärkt, sondern zu ungewöhnlich starkem Protest und Widerstand geführt. Was wiederum die Eliten zutiefst verunsichert. Immer mehr Bürger verweigern sich den offiziellen Narrativen, was vom Staat und ihm treuergebenden Medien mit immer drastischeren Beschimpfungen und Versuchen beantwortet wird, diese Abweichung einzuhegen. Der Vorteil der Eliten dabei, eine Mehrheit der Staatsbürger hat sich irgendwie eingerichtet und benimmt sich wie ein Untertan. Doch wie lange noch? Wir wollen darüber jetzt sprechen mit dem Künstler und Autoren Raimund Unger, der ein Buch verfasst hat mit dem Titel Die Heldenreise des Bürgers vom Untertan zum Souverän. Herzlich willkommen Herr Unger. Hallo Herr Peter, ich freue mich auf das Gespräch. Muss man sich Ihr Buch tatsächlich so wie eine Heldenreise vorstellen, also dass Sie da, weiß ich, Odysseus auf eine Reise schicken, der dann am Ende zum souveränen Staatsbürger mutiert oder wie ist das gemeint? Ja idealerweise sollte man sich das auf jeden Fall als Mythos vorstellen und damit schon mal ein Gefühl für diese Journey haben. Also es geht nicht um den klassischen Helden, sondern es geht natürlich um die psychologische Selbstwerdung eigentlich. Und nicht jeder kann mit dem Begriff Heldenreise was anfangen und mit dem Begriff Held in Deutschland schon mal gar nicht. Das ist natürlich irgendwie auch verbrannt. Und es ist immer ganz wichtig zu sagen, hier geht es um einen innerpsychischen Vorgang, der im Außen als großer Mythos erzählt wird und den sich die Nationen oder die ganze Welt auf ihre Weise erzählt, der aber von der Choreografie her interessanterweise sehr ähnlich ist. Und jedes Land hat so ihre eigenen Heldenerzählungen und wenn man das psychologisch untersucht, und das haben eben Leute wie C.G. Jung oder Josef Kemper getan, dann haben die festgestellt, dass in diesen großen Mythen, die sich die Menschen erzählen, eigentlich innerpsychische Entwicklungen beschrieben werden. Das heißt eigentlich müssen die Bürger auf die Couch oder wie soll man sich das vorstellen? Ja, mein großes Thema ist ja die Frage der Erwachsenheit der Bürger. Das zieht sich ja durch meine anderen Bücher auch durch. Ich stelle ja die Frage, wie erwachsen ist der Bürger geworden, um seiner Rolle als Souverän gerecht werden zu können. Und da gehören natürlich zwei Seiten zusammen, so wie uns die Geschichte einer funktionierenden Demokratie erzählt wird, gehören zwei Dinge zusammen. Es gehört ein erwachsener, gebildeter Staatsbürger dazu und es gehören freie Medien dazu. Und so kann dann idealerweise eine Willensbildung stattfinden. Und wenn natürlich es einerseits einen Vorsatz gibt oder eine Art Mediengleichschaltung gibt, die diese Informationen erschweren, um einen Blick in die Realität zu bekommen, zu erschweren, und auf der anderen Seite auch noch eine gewisse mangelnde Ausreifung oder mangelnde Bildung der Bürger da ist, dann haben wir natürlich eine kritische Gemengelage. Und mit der beschäftige ich mich schon in den anderen Büchern auch. Wenn ein Künstler sagt, er beschäftigt sich damit, dass die Bürger überhaupt erstmal erwachsen werden müssen, könnte man ihn natürlich auch vorwerfen, ja klar, ein Künstler erhebt sich über die Normalen, über den sogenannten Plebea und muss ihn erstmal umerziehen. Oder haben wir tatsächlich ein echtes Problem mit unerwachsenen Bürgern? Ich glaube ja und ich erhebe mich da in keiner Weise, sondern wenn man die Historie meiner Publikationen kennt, dann ist ja das erste Buch, das ich geschrieben habe, die Heldenreise des Künstlers. Und jetzt, zwölf Jahre später, schreibe ich die Heldenreise des Bürgers. Und im ersten Buch mache ich mich ja selbst zum Gegenstand der Betrachtung und betrachte sozusagen meine eigene Infantilität in Tüttelchen und meine eigene Nachreifung. Und ich nehme mich da überhaupt nicht aus. Und der rote Faden meiner Bücher ist ja so ein bisschen die Frage des transgenerationalen Kriegstraumas. Ich selbst bezeichne mich ja als Kriegsenkel und habe mich da nie rausgenommen, dass ich sozusagen selbst eine verzögerte Entwicklung zum Erwachsenen durchgemacht habe, weil meine Eltern Kriegskinder waren und im Krieg traumatisiert wurden. Und ich sozusagen dadurch auch eine Kindheit hatte, die nicht so ideal war, weil meine Eltern emotional sehr verschlossen waren. Das ist so ein bisschen das Bild, dass die Kriegsenkel mit sich rumschleppen. Und viele haben etwas länger gebraucht, um sich zu organisieren oder zu studieren oder eine Familie zu gründen. Einigen vielen ist es gar nicht geglückt. Also ich spreche jetzt von meiner Generation, den Babyboomern. Und ich nehme mich da überhaupt nicht raus. Also das ist auch teilweise eine sehr persönliche Betrachtung und die ist über die letzten zwölf Jahre allerdings immer politischer geworden. Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht einen echten Souverän aus? Also da bin ich ganz einer Meinung mit Jordan Peterson, der ja erstmal sagt, bevor man politisch aktiv wird, das ist sozusagen das Letzte, was man machen sollte, direkt sich ins politische Becken zu schwimmen und sofort, ohne dass man sich selbst kennengelernt hat. Er nutzt immer die Metapher, das eigene Haus oder das eigene Zimmer aufräumen. Wie kannst du dir einbilden, eine Stadt zu regieren, wenn du nicht mal dein Haus in Ordnung halten kannst, hat er in seinem, glaube ich, letzten Buch mal geschrieben. Das würde ich teilen. Ich würde sagen, dass die sich grundsätzlich kennenlernen und grundsätzlich erwachsen werden. Und in diesem Erwachsenwerden zu verstehen, dass bestimmte Dinge nicht lösbar sind, dass man Zielkonflikte aushalten muss, dass man nicht einfach ein Dichotomen klastern, denken kann, sagen kann, das ist jetzt moralisch richtig und das wird auf jeden Fall umgesetzt. Also wie beispielsweise die großen Erzählungen, das ist ein Killer-Virus und dagegen hilft eben nur die Impfung. Oder der Klimawandel ist ausschließlich anthropogen CO2-bedingt, da hilft nur die Energiewende. Oder der Ukraine-Krieg kann ausschließlich mit schweren Waffen befriedet werden und so weiter. Das sind so ganz dichotome Antworten, die man haben kann, die aber die Zielkonflikte nie mitdenken. Und der idealerweise Erwachsene, der sozusagen auf individualpsychologischer Ebene erwachsen gewordene Bürger, würde in dieser Form so dichotom gar nicht mehr argumentieren. Weil er weiß, dass das Leben viel zu komplex ist, dass er ins ein Schicksal gestellt ist, dass er Dinge nicht verfügen kann, dass sich bestimmte Dinge so einfach nicht lösen lassen. Und wir sehen ja in allen großen politischen Antworten, sehen wir im Grunde genommen immer diese hypermoralischen Dichotomen-Positionen. Und genau dagegen möchte ich so ein anderes Bild setzen. Wenn ich mir jetzt von meinem geistigen Auge das, was Sie gerade alles erzählt haben, vorüberziehen lasse, dann stellt sich ehrlich gesagt für mich durchaus auch die Frage, ob es tatsächlich ein psychologisches Problem ist, dass die Masse der Bürger, der Politik es relativ leicht macht, solche Politik zu betreiben, solche Narrative zu setzen. Sondern dass es vielleicht ganz simpel ist, dass die Menschen tatsächlich einfach sehr bequem sind und ihre Ruhe haben wollen. Also was müsste eigentlich passieren? Ich komme nochmal wieder darauf zurück auf meine Eingangsfrage. Müssen die Menschen auf eine Couch oder wie soll dieses tiefenpsychologische Problem gelöst werden? Also Sie haben völlig recht. Tatsächlich, es hat natürlich mit Trägheit zu tun. Es hat aber natürlich auch letzten Endes, und das sind dann auch die letzten Kapitel meines Buches, kommt man um eine weltanschauliche Frage nicht rum. Also es geht schon auch um die Frage, wie man sich in der Welt aufgestellt sieht und wie man mit inneren gefühlten Verantwortungen oder inneren Instanzen, die einem sagen, dieses ist richtig oder falsch, auch umgeht. Und wenn man natürlich in einem komplett materialistischen Selbstbild lebt, wo man ohnehin ein kleines mechanistisches Rädchen im Getriebe ist und das alles keine große Rolle spielt und einem vom Oben auch immer gesagt wird, das Leben und die Welt organisiert sich global viel zu komplex. Wir brauchen einfach Wissenschaftler, die uns sagen, was die richtigen Entscheidungen sind. Da kann sich der Einzelne gar kein Bild mehr machen. Und das Einzige ist eben solche Slogans wie Follow the Science. Und das haben die besten und klügsten Köpfe der Welt alle schon erdacht, so wie Söder sagen würde. Und den müssen wir uns nur noch anschließen. Das führt natürlich in eine Technokratie. Die Demokratie wird mehr oder weniger abmoderiert. Und am Ende des Tages entscheiden eben die Wissenschaftler. Wenn diese dann objektiv wären, wäre es ja nur halb so schlimm. Nur in Wahrheit sind diese wissenschaftlichen Positionen natürlich längst oligarchisch eingekauft. Und so kann eine ganz kleine Elite im Grunde Politik machen und hat freie Bahn und kann eben nationale Parlamente überschreiben. Und das ist momentan das, was wir im Vollbild in der Corona-Krise gesehen haben. Haben Sie in Ihrem Buch auch eine Art, wie soll ich sagen, hoffnungsvollen Ausblick oder vielleicht sogar eine Handlungsanweisung oder einen Tipp an Ihre Leser, wie Sie das bewerkstelligen können? Also wie Sie tatsächlich vom Untertanen zum Souverän sich entwickeln können? Ja, ich habe im vierten Kapitel, das heißt die Verantwortung, da werde ich wieder ein bisschen persönlicher empfehlen, so meine persönlichen Drachenschwerter, nenne ich das, wie man sozusagen mit diesem großen unbewussten Ungetüm, dem man irgendwann auf dieser Heldenreise begegnet, umgehen kann, um sich selbst besser kennenzulernen und dadurch erwachsen zu werden. Da empfehle ich tatsächlich Kreativität, kein Wunder, ich bin ja auch Künstler, aber das ist gar nicht so eine exotische Position, wie man glaubt. Also alle großen Therapeuten, die mir viel bedeuten, wie C.G. Jung oder Viktor Frankl, die haben alle im persönlichen Werkschaffen den Schlüssel gesehen, um wirklich erwachsen zu werden und sich zu begegnen. Und ich empfehle da wirklich autobiografisches Schreiben, was ich ja auch selbst gemacht habe. Ich habe einen autobiografischen Roman veröffentlicht und ich empfehle Malerei, auch wenn sie noch so naiv ist, aber der Prozess selbst, das führe ich dann auch aus, warum das so ist, warum einem Malerei und autobiografisches Schreiben sozusagen zu dem inneren Kern des Höhere Selbst, wie ich es nenne, den Kontakt aufschließt und wie man sich danach wesentlich ruhiger und souveräner dann auch in der Welt aufstellen kann. Ich muss enden mit einem Bon Mo, das ich wirklich gut finde, das mir begegnet ist bei meiner Recherche und das lautet auch in einer Demokratie bilden, leider die Untertanen die Mehrheit. Dagegen anzugehen und zu erreichen, dass der Untertanen sich zum echten Souverän entwickelt, darüber sprachen wir mit dem Künstler und Autoren Raimund Unger, der seine Gedanken und seine Ideen in einem Buch »Die Heldenreise des Bürgers vom Untertanen zum Souverän« wieder geschrieben hat. Unbedingt empfehlenswert und lesenswert. Vielen Dank, Herr Unger, für das Gespräch. Vielen Dank, hat mir Spaß gemacht.